So, ich hab gehört, wir blitzen jetzt ein bisschen. Ich glaub, da hat Brücki Bock drauf. Ja, ihr könnt wirklich blitzen. Hallo Mann. Ach so, die spielen gar nicht mit No Way. Ich dachte, es ist fies, wenn wir einen richtigen Jungler ausstellen. Bis gleich. Das ist der schlechteste Trashdog, den ich hier gehört habe. Ey, was ist denn jetzt das Line-Up? Ach, die haben wirklich keinen Jungler? Ja. Alter, ich geh schlafen, Junge. Wie sieht das denn aus mit Blitzen jetzt? Wollen wir das machen oder eher weniger? Sind wir da warm drauf? Ja, ich bin immer warm, weißt du? Okay. Ich geh mal hier diesen Weg. Ja, und jetzt... Oh, oh, oh. Hat der uns gesehen? Wir können einfach warten, wir können einfach warten. Geh, 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 geh. Nein, nein, nein. Nein, geh, geh, geh. Oh ja, das wird zu gut, das wird zu gut. 500 NQ. Scheiße. Ey, es kam für sich, komm, Toplane. Können wir ihn töten? Ja, ja, ja. Können wir ihn töten? Da ist es, da ist es. Ich hab nicht so viel Damage, ne? Ich hab kein Damage. Ich hab Ignite, let's go. Egal. Mann, du bist echt bloß hier. Ich kann mir vorstellen, dass du gleich Level 3 mit, äh, Gragas Botlane diven. Ja, ja, glaub ich auch. Aber Brücke, you're a key. Aber Brücke, you're a key. Ja, ja, ja. Komm, ich kann es nicht mehr lassen. Ja. Es ist keine Möglichkeit. Ich ziefe jetzt hier rein. Der wird zu dir moopen jetzt. Hast du noch was? Okay, okay. Ist feines dann. Er hat keinen Flush. Immer noch unten. Vielleicht ob er mich da flayt. Ja gut, game's over. Bin zu weit. Ich bin ready. Okay? Ja, ich glaube. Es ist okay. Okay, get out. Oh, kommst du da? We're good to team. I'm in. Ah, shit. Uh. Kevin, remake. Okay, guys. We remake this. We replay this. We are kinks. We are kinks. Easy triple kill for me. Yeah, yeah, we are kinks. Let's go. Mamma mia. Ja, ja. Ich bin der Carry, ne? Ich brauche XP. Ich bin level 1. Einer muss stoppen. Was? Was hast du gesagt? Musst du lauter sagen? Jüge, ich kriege hier wirklich gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Achso, du brauchst EP. Mein Gott. Kutja, komm base. Wir machen Top-Set oder sowas im Play. Jüge, ich brauche erstmal ein EP jetzt. Mach das so am Play, Kutja. Kutja hat halt die ganze Taktik verkackt. Ich bin level 1. Ja, was hast du denn gemacht? Ich bin mit dir rumgelaufen, du Schmalzlocke. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Oh Gott, Pamplash. Ja. Haben wir einen Top-Eat? Hallo? Ich bin on my way. Mama mia. Six kommt auf. Six kommt auf. Six kommt auf. Nice, 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 nice. Schön, Wankster. Leute, Bot ist Weak-Sight. Bot ist Weak-Sight. Bot ist Weak-Sight. Level Tower jetzt. Aber ich bin level 2. Mama mia. Oh, Gragas bei mir. Ich bin nicht Six. Wait, das ist ja eigentlich enemy. Du musst rip, Bruder. Nein, 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 nein. I got this. Äh, Jinx bei mir. Okay. Bist du feiner hin, Phil? Alles gut, Leute. Ich hab das. Ich geh Executen hier, ne? Das. Hast du, oder? Ja, ich bin... Schwiebel das, Daniel? Äh, kann man machen... Ah, enemy Red Buff. Komm, Kucha. W da rüber, W da rüber. Junge, ich hab doch nichts. W rüber hier. Ich kann euch ja einfach Ehen. Nein, du musst W. Jetzt hab ich keine W. Wir gehen gleich Mitte-Play machen, Kucha. Actually, wir könnten auch... Du kannst das Mitte-Klirren, Brütti, oder? Brütti ist King. Natürlich kann der Klirren. Wir machen Play auf den. Wird doch nichts. Doch, 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 doch. Ich kick den aus dem Turm raus, Kucha. Ich hab 10 Sekunden, er ist Ignite. Red Flash, pardon. Aber ich hab Ignite. Oh, das war ja absolut gar nichts. Ja, jetzt müsst ihr den Rest machen. Schönes Ding. Haben wir. Wir cancelt. Starkes Ding, Brütti. Joachim will fehlten. Ah, gut. Schade, Brütti. Wie falsch du kriegst. Als Brütti so alles falsch macht. Was man falsch machen kann. Ja, na gut. Toll, Brütti. Wir was machen können, wenn... Ich hab Ignite ab, ne? Oh, ne, lass, lass. Was haben die? Ja, die haben Pflanz genommen. Der Hund haben wir uns noch nicht gesehen. Stimmt. Ja, ich bin da. Ja, stark. Schönes Ding. Ja, stark, Leute. So wird das aber nicht zum Challenger-Frill. Wie, was? Entspannen sie sich? Ich lass mal weg. Die haben Pflanz genommen. Oh. Ich hab ne Urgott-Ulti, ne? Ja, ja. Lass mal reinfahren, Daniel. Hier. Oh, ja, 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 ja. Hab ich. Nice. Ich komm mal runter. Easy. Kann mich wer abholen? Aus dem Bälle-Paradies, bitte. Oh, oh! Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich brauch nur Assisten, Assisten. Starkste. Daniel, ich spiel' nur um dich. Du bist die Legende. Dich fehlt. Und Bulky, mach einfach so weiter. Ja. Oh, Kucha rüber, rüber. Rüber. Alle rüber, alle rüber. Zu zigst. Ich hätte auch einfach nicht... Hättest du einfach... Mein Gott, jetzt hab ich keine Weh ab. Schade. Ich hab keine Scheiße höre. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, wir gehen weg. Und die denken, Wankster ist da auch weg. Vielleicht. Geil, geil. Da kommen die nie drauf. Let's go, let's go, let's go. Oh, oh. Hier rein? Ähm. Ja, das glaub ich, ne? Ja, ja, kill, kill, kill. Kragas, 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 Kragas. Next, next, nice. Nice. Nice, good job. Kill. Ich brauch Hilfe. Kragas, nice. Good job, Team. Jinx, 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 Jinx. Nice. Nice. Good job, Team. Warum gewinnen wir? Mama Mia. Brücking, Brücking. Reset into Drake, ne? Ja, einfach Drank starten. Scarface gesagt, dann hören wir auf ihn. Jinx sollt aufpassen, ne? Ja. Ich glaub das. Ich hab's meint ab, alles gut ist meins. Ich bin so schlau, Alter. Alles gut. Macht euch keinen Stress. Ich hab's meint. Hm, die sind zu zwei Toplane. Jo, ich komm mit. Warte, warte. Warte, warte. Ja, warte. Hey, warte. Ich spür's. Jetzt spür's. Jetzt spür's. Oh scheiße. Okay. Aber ich hab's geschwürt. Du auch, oder? Kann sein, dass die Ghosten? Ja, maybe, maybe Ghosting. Oh man. Der Threshold ist so fucking hier facechecken, Leute. Der hat hier sowas von facechecken. Der ist saudumm. Der ist immer der Zeitpunkt, der dem KD anfängt zu enden. Ja. Da ist er. Oh no. Schade. Ich bin da. Ich hab Ult erst in drei. Ich krieg erst in drei Ult. Der Gragas hat keine E. Der Gragas hat keine E. Schön. Vor, 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 vor. Vor, keep, 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 keep. Haben wir noch was, Team? Ja, go, go, go. Look, look, six. Hit, 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 hit. Hilfe! Oh nein, wo wurdest du denn hin gesogen? Ja. Okay. Das ist ein noch wundervolles. Ich hab noch ne Ulti. Ich hab noch ne Ulti. Yo. Sola intet. Ja, nice. Nice. Fucking intet. Aber das denn gehintet wird? Ja, das ist immer der Moment, wo Sola und Kani anfangen zu enden. Ja, ja. Lass für ein Fight gucken. Jinx ist noch Bot, Jinx ist noch Bot, ne? Spade up rein. Ich fass es nicht. Oh. Okay. Okay. Ist der Mut in's weg, alter. Hau. Cut. Hier guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Nicht, nicht weggeben. Die wissen das hier. Die kommt doch hier gleich zu Warden. Nein, hä? So dumm ist Kani auch nicht. Der ist schon ein bisschen dumm. Doch, doch, doch. Der ist so dumm. Ja, wir müssen noch Jumpers hier abwarten. Let's go. Schlechter Fight. Das wird unser Fight. Das wird unser Fight. Könnte noch unser Fight werden. Wenn die trollen. Die trollen safe. Die trollen safe. Die trollen safe. Die haben Sola. Oh, der Backboard ist hier. Torch den Mahn. Torch den Mahn. Ja. Kani entitt auch. Sag ich doch. Ich habe noch Sonia. Ja, dann lass... Lass hier reinlaufen. Oh guck mal, Kani ist... Das ist illegal, was er war. Oh, Kani ist wieder am verbrecherischen Duslochen. Oh nein, ich wurde gecatcht. Ich wurde wirklich gecatcht. Oh, Vorsicht. Warte doch rein. Wir müssen doch blocken. Ja, wieder baited, ne? Kragas? Ich hab Fehlschaden. Kriegt der den Kragas? Ich weiß ja nicht. Oh, wir müssen aufpassen. Eieieiei. Du wirst so eingesaugt jetzt. Boah, das ist eine schöne Seraphine. Und you are King. Okay. Die können kein Nash machen jetzt. Sola ist so ein Enter. Er ist gerade in mich reingeflasht und hat mich exhausted. Oh. Ich starte jetzt Nash. Er ist tot, oder? Hoffentlich. Jawoll. You are King, Wankster. Ja, ist illegal aber von den Gegnern hier. Wollen wir einfach Baron flippen? Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal. Ja, ja. Oh. Oh. Wir müssen schon den Nash starten hier. Ja, und dann Turn. Aber wir wollen Turn. Team, Team, Turn. Oh, wait. Wir können finishen hier. Ich geh da raus. Das ist unser was. Ja. Oh, nein. Oh, mein. Oh, mein. Oh, mein. Ist jetzt so dumm. Wir müssen nicht feiten. Wir müssen hier Mitte. Ja, schade. Scheiß Jinx-Ult. Ich kriege hier maybe Jinx-Kick. Die wissen nicht, wo ich bin. Ich kann Jinx-Kick von hinten. Ja, dann kick doch. Hab sie gekickt? Hab sie nicht, oder? Nee, die stirbt nicht davon. Ah! Oh. Haben wir noch Schaden? Ich kann da rein flashen. Oh, Achtung. Flash mal. Ich glaube, das reicht nicht. Ich hab dich, Wankstar. Wir sind doch ein Team. Oh, Memo. Die gehen mal da rein. Daniel, wir brauchen dich. Daniel, bitte. Ey. Daniel, wo bist du denn? Haben wir. Oh, Alter. Boah, Memo. Ja, doch. Guck mal. Oh, ja wirklich. Schön, schön. Schöner Shutdown. Schönes Ding. Oder so eine Six-Ult einfach. Okay, let's go. Oh, oh, oh. Du hast mich so gefickt mit dem Sonjas. Scheiße. Oh mein Gott. Äh. Alles gut. Ja, schön, Wankstar. Schönes Ding. Stark, stark. Erstmal, glaube ich, uns hochheilen gehen, oder? Der Nächste ist offen. Ja, ist doch kein Problem. Den darf ein paar. Ja, fuck. Ah, fuck. Oh. Äh. Oh, oi, oi. Ja. Ui, Memo. Hm. Ja, war scheiße, Phil. Muss ich echt sagen. Ja, wenn ich Nests kriege, ist es fein. Aber ich denke, wir haben alle an der Farben gewonnen. Blame the jungler, when you go 0 and 8. Blame the jungler, when they got three fire drakes. You lose weight, start to flame. Want your verbal assault. Blame the jungler, cause it's always his fault.